Hallo Leute und Willkommen zurück bei Super Mario 3D World Totten Nuts, okay In der letzten Part haben wir den Bowser Zug geschafft Ich weiß selber nicht was wir alles noch machen müssen Ich habe schon längere Zeit nicht mehr gespielt Muss ich auch zugeben Bowser 4, Bowser 5 Wir gehen in geheimnisvolle Pfade Und ja Leute, hoffe ich mal, dass wir heute Ach ne, in dem Part schaffen wir es nicht Aber dass wir in zwei Parts Mit dem Oh, ne, böse Gut, ich mache eine Stammtattacke Das wusste ich nicht mehr Ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen Das war so ein Fehler von mir Egal, wir schaffen das schon Wir haben Ihr habt hoffentlich das Infovideo gesehen Und, äh, habt auch nicht gesehen, dass wir Das Projekt nur noch bis zu Bowser spielen Also Jetzt, äh, als Hauptprojekt Aber natürlich geht das Projekt noch weiter Und hoffe ich mal, dass wir in zwei Parts Schon bei Bowser ankommen Hoffen wir ganz stark Ach du weidegescheiße So, hier rauf Den ersten Stern haben wir schon Das freut mich Vielleicht schaffen wir das gleich beim ersten Mal Ah, fuck it Da wird ich zu viel, Leute Da wird ich einfach zu viel Das Level sieht übelst schön aus Hm Ich mag solche Level Gut, das ist ein Kreis Ich checke hier gar nichts mehr Boah, ist das Ossi Immer schon den Weg einprägen Das ist jetzt eine Fläche hier Sehe ich das richtig? Nochmal eine Stampfattack Ja, das ist eine Fläche Gut, 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 gut Einfach mittrennen Da kann uns auch nichts passieren Nicht wahr, Mario? So Spreng Geschafft Zweiter grüner Stern Ich will dem Ende Stampfattack Ach, komm Da fliegt ja gar nichts unter mir Das ist ja voll die Verarsche Okay, Google Willis Ich zeige dir immer den Weg Ist auch nicht schlecht Der hätte ich zwar auch rüber springen können Weg da Den Stempel haben wir auch schon gefunden Gut, gut, gut Oh Gott, das war riskant Das war sowas von riskant Oh Gott Ach, Gätschen Ich bin irgendwie voll ruhig mir auch gefangen Irgendwie Ich weiß nicht Ich fühle mich das, ob ich zum ersten Mal aufnehme Ach, nee Okay, nicht versauen Nicht versauen Fuck Fuck, fuck Komm runter Womp, komm runter Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Nein Ich war so kurz vorm Stern Ach, fuck Ach, komm Scheiße Ich hasse Ich hasse diese Boxen Ich versau die Fast jedes Mal Ach, nee Schon wieder diese Kackstelle Ach, komm Ich darf ich einfach mit Dann kann mir auch nichts passieren Spring Mitlaufen Oh Gott Oh Gott Selber Sie zwar übertrieben schön aus Aber ist schon ein bisschen Schon Ach, sie So Ich mag die Idee eigentlich Schon Ach, fuck 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 Warum ist der so schnell Fuck 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 Jetzt nicht sterben Nicht sterben Nicht sterben Yes Ach Gott Hier hat sie ein Pils Hier hat sie ein Pils Pilsi, 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 Pilsi Dankeschön Auf hier Machen wir ins Kabuff So, so Rüberspringen Okay, okay, okay Komm Leute, das schaffe ich ja Arschpummen Stempel holen An mir So, so Rück mal hier So Lass mal machen wir es Ganz Unriskant Okay, 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 okay Och Gott Verdammt Ist das Schwer Ich muss mich hier vollkonstigen Es tut mir übertrieben leid, Leute Aber da kommt Das schaffen wir dieses Mal Hier drauf So Ja, locker Locker Wenn man weiß, wie es geht, dann klappt es auch So Jetzt nur noch ins Ziel kommen Nur noch ins Ziel kommen Dann hätten wir soweit Alles geschafft Gut, 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 gut Hier geht es drauf So Wir machen Gewauen Okay, 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 okay Hier durch Oh Gott Verdammte Kugel Wie die Katzen So Bitte Ziel, bitte Ziel, bitte Ziel Yes Dachte ich mir schon Oh Gott Bin ich schlecht Na ja, komm, ich abends, Leute 5 Minuten, komplett ist aber abgeschlossen Ist doch gut, ist doch gut Ding gut in der Zeit Weiß gar nicht, was ihr habt Hört auf zu reklamieren hier Ja, komm Jetzt machen wir die neue Welt 215 Sterne Die Melodie ist sowas von geil One up Das brauchen wir nicht Oh, nee, Geisterhaus Oh, ich sehe schon, wie ich dort verzweifeln werde Ist das Plessy dort oben Plessy Level Will ich mit Luigi machen Luigi Okay, okay, komm Komm, Luigi Zusammen Sind wir stark Vergiss das nicht, mein guter Freund Oh, Gott Das Level Sieht schon Als sie Aus Mein Gott Oh Meine Fresse Ist das sofort Das ist wie Patrice Ist das sofort Das komische Level Komm, das schaffen wir Das schaffen wir Luigi Luigi Ja, ja Dachte ich mir Dass das hier oben Irgendetwas haben muss Ja, mit Luigi Wollen wir alles Oh, Gott Ah, fuck One up, one up Kein one up Fuck War ein Sprung War ein Sprung Luigi Spring Rauf Mein Kleiner Grüner Freund Ja Nein Ach, Gott Geh mir halt auf die standardmäßige Weise So Ja, ist ja gut Aber dann hat sie einen grünen Stern Wieso ich an den komme Hä Wieso ich an den grünen Stern Da oben komme Mit einer Katze Gibt es irgendwo eine Katze Oh, nee Plessy Warte Ich kann dich gerade nicht gebrauchen Mein grüner Freund Aber ich habe ein Plan Wo eine Katze sein könnte Und zwar Hier Oben Dann sollte hier unten Eine Katze sein Oder Wusste ich es Wusste ich es Ich Es einfach nicht dagegen springen Dann sind wir So gut wie oben So Luigi So Komm Den holen wir uns Gut gemacht Habe ich schlau Geschluss Vor Vor Gatt Will ich schon fast sagen Mein Glück war einfach Dass ich Zu blöd war Vorhin den Pilz zu Okay Okay Komm Plessy Ich bin fast Ich will das Level Wo ist die geile Plessy Musik Plessy Level ohne Plessy Musik Macht keinen Spaß Für die kurzen Stärke Brauche ich Plessy Der Dortmund hat sowieso einen Stern Ich kann mir nicht vorstellen Oder hier oben Das ist auch so verdächtig aus Ha Ich bin auch so gut in dem Spiel Auch wenn ich schon lange nicht mehr gespielt habe So Wie war ein Luigi Luigi Wartet mal Wartet Oh Gottchen Okay Ich wollte nur wissen Ob die vielleicht runtergehen Mein Fehler Oh Gott Es ist ja schon Standard Dass bei mir die Füße einpennen Aber Leute Jetzt hat es mich gerade überwescht Die 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 Pellen nicht Die sind tot Ich habe noch das Nichts Gut Luigi Wir können runter Das war so riskant Dass mich dort das Stachelding trifft Was 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 Seid ihr Verrückt Oh ne 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 Was Kein secret ja das ist doch noch sieg mit aus akut 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 er hat das doch nix sie ist ein sandro sie ist ein jahr das nix ok 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 ich habe sein gesehen aber johann hat es etwas ja das war jetzt purer zuvor ist gefunden habe ich wusste dass vor der letzten höhere noch der stern kommt oh mein gott ohne stern das ist ja auf die katze abgelegt wie soll das gehen wie zwei soll das gehen faktisch muss es noch mal machen gott nervt mich das schuss war fahrer heiße füße die sind das nervt zwar jeden dass ich es erweig so ist von schaffen ich hab nun plan wie ich das machen werde das not machine so aber ich mache noch einmal das level und zwar auch gott mit beach ist nicht so wie guck mal ob wir mit peach mehr glück haben so gleich untertauchen können uns die gegner nix okay 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 zusammen sind wir stark hierauf ansprung zurück so wie so wie du wie schaffen wir alles ist alles noch gut alles noch okay wir müssen es hat bis dorthin durch raschens davis eigentlich recht klein einfach das ist eins der einfachen einfach einfacher den level so sind wir bei lessee lessee kann springen ja steht euch mal vor ihr könnt mal auf so ein dino schrägstrich muss von loch ness rein loch ness reiten das ist wie ein baseballer die räumt alles weg ciao plessi es ist ja wieder schön mit dem dino zu spielen dann kommt jetzt runter so okay jetzt kommt wieder die asoziale stelle hier nein wo bin ich was ist da gerade passiert ich hab das jetzt nur gecheckt aber es ist so typisch wenn ich hier mal so schön schön durch skill machen das ist der nie gegönnt weiß mario ist aber aber wie dann bald wieder 100 münzen aber selber ich weiß nicht wenn ich irgendwie zu einfach design gut 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 jetzt geht es hier runter ja nicht sterben nicht sterben oh gott ich muss die katze bewahren das was auch so knapp es liegt alles an dir das problem ist ich habe den sprung hier nicht drauf wo ich einmal in der luft und dann noch mal zu stechen muss versteht ihr warte man geht der sprung diesen hier muss ich drauf bleiben ich muss drauf bleiben das habe ich bis jetzt nie gecheckt so ausgetrickst und yes du bist die beste yes 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 ist doch voll unnötig weil ich die goldene fahne ich hole aber getcha bitch schöne sache jetzt bin ich schon überlegen den part schon zu beendet weil zwei haben wir geschafft Leute das ist doch super ja kommt wisst ihr was ich beende den part weil geisterhaus kann schon einiges abverlangen ja wir sehen uns beim nächsten parto wieder hoffe der part hat euch gefallen auch wenn es sehr stark ruhig war aber wir hören uns beim nächsten super mario 3d world part vielleicht der zweitletzte ich glaube es wird der zweitletzte sein bei geisterhaus dann hier noch ein level und danach bowser so haut rein Leute gedammt hoch freust mich immer wieder wenn ihr wollt wenn ihr wollt wenn ihr könnt bis dahin haut rein euer Blaze tschüss